So, da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zurück zum Adventskalender mit Tommi und heute ist schon Tag 2. Ja, nice. Und wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Present. Wir müssen nach Tag 2 suchen. Ähm, hier ist 6, hier ist 4, hier ist 8, hier ist 2. Ich hab 2 gefunden. Echt? Nice! Ja, hier ist 2. Hier direkt unten. Das war ja easy. Okay, dann mal los. Oh, okay, okay, okay. Äh, Erklärung bitte. Äh, Present-Clicker. Klick Buttons and buy things to get as many presents as possible. You can also buy upgrades for your things. Gold produce. Ähm, 1, 2, 3, 4, 6, 7... Wir müssen 2 Milliarden 147 Millionen 483 Tausend 647 Geschenke produzieren. Okay. Ja, moin. Äh, PPS heißt Presence per Second. PPC heißt Presence per Click. P heißt Presence. Ähm, Wizard can only be purchased, uh, once. So be careful when you use it. Okay. Also, kennst du Hooky-Clicker? Ja, klar. Gut. Das ist Present-Clicker. Okay. Let's go. Let's go, Wizard. Oh, okay. Jingle Bells. Hier ist ein Portal. Create a Present. Hier ist ein Christmas Portal. Okay. Wir müssen jetzt Presence createn. Warte. Okay, wir haben 5. Wir müssen nur noch 214 Milliarden. Gut. Okay. Zehn. Warte. Was können wir hier machen? Für 25 können wir uns den Elf holen. Der bekommt, da, dann bekommen wir, ähm, zwei. Äh, pro Klick. Was ist hier? Ich, klick du mal weiter. Ich erkundige mich auch, was es so gibt. Hier gibt's ne, äh, Present Factory. Okay. Die macht uns 2100 Geschenke. Okay. Ähm. Okay, ich hab 25. Okay. Dann hol dir schon mal den Elf. Der macht hier der Wrapping-Robot. Der macht 120 Pakete. Hier gibt's ein Portal. Ui. 75.000 Pakete. Okay. Centers Workshop gibt es. Coole Ideen auf jeden Fall. äh, Present or Mad. Mathematik. Oh, zwölf. Warte. Sollen wir uns noch nen Elf holen? 1.200.000. Ähm. Würde ich ja im Grunde genommen sagen. Oder ich mach doch mal hier kurz so. Bitteschön. Okay. Ich hol uns nen Wrapping-Robot. Der gibt uns, äh, ordentlich Kazala, hoffe ich. Oh ja. Oh ja. Okay. Ich hol euch noch einen. Ich hol euch noch einen. So. Mehr Kazala. So. Was war hier? Was war hier? Present Factory. 2.100. Oh mein Gott. Was ist denn das nächstgünstige? Warte mal. Jetzt hört man's besser, die Melodie. Äh, 75.000 kostet das hier. 750. Wir brauchen gleich mal 750. Ich kann aber erstmal mal so ein paar Rapper holen. So. So. Und nochmal. Warte, hier gibt's aber noch mehr. Oh, das hab ich noch nicht gesehen. Hier gibt's noch Santa. Hier gibt's... Okay, wir können nur einmal den Wizard holen. Der hat, glaub ich, eine Milliarde Presence. Und einmal den Architekten. Der macht nen Build Upgrade. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns gleich mal für 1200 Architekten. Ich glaub, der lässt nämlich alle diese Teile nochmal besser sein. Wenn ich das richtig verstehe. 2000 haben wir jetzt. Ich mach mal... Ich mach mal... Ich mach mal ein bisschen Santa's Workshop. Gönnen wir uns mal ein bisschen. So. 4. 4. 5. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Wir haben schon 1.800.000.000 noch was. Jetzt sind wir bei 1,9 Milliarden. 2 Milliarden und gleich haben wir es geschafft. Achtung, gleich haben wir es geschafft. Und, und, und. Jawoll, gewonnen. Sauber, nice. Wir haben 2 Milliarden und ein paar zerquetschte Geschenke produziert. Oh Gott. Ja, guck mal, wir haben den Weihnachtsmann richtig unterstützt. Ja. Wozu so Minecraft-Advanced-Palender gut ist. Ja, aber es gibt mehr Menschen auf der Erde, als wir Geschenke eingestellt haben. Ja, gut. Und ich finde, da passt diese traurige Melodie, die gerade einsetzt, auch wirklich gut. Denn jeder vierte, jedes vierte Kind konnte durch unsere Geschenkemaschinerie nicht mit Geschenken versorgt werden. Ja. Das ist traurig. Und deswegen müssen wir diesen Adventskalender einfach weitermachen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Nein, schwarz. Wir sehen uns morgen. Das entspricht schon eher der Wahrheit. Und zwar am dritten Tag des Adventskalenders. Schaut immer nach vorne, Freunde. Es sind nur noch 22 Tage. Bis Heiliger Abend. Und wir sehen uns morgen, oder? Ja. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Yes. Tschüss. Tschüss.